Ich denke mal, du startest mit Super Saiyan 2, Gohan, aber ich bin mir nicht sicher, ob du Pan mitnehmen wirst, aber ich denke mal nicht. Aber es wäre besser, eigentlich mit Cooler zu beginnen. Ich beginne mit Cooler, ich beginne mit... Doch, 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 ich beginne mit Cooler. Okay, ist viel zu laut, viel zu laut. Viel zu laut. Ein, doch, Pan mit, hast recht. Lol, das ist so schlecht von mir. Jawohl, Paralyze haben wir schon mal drauf. Komm schon, Paralyze, jawohl! Wow! Okay, das erste Match schaut schon mal gut aus, eigentlich. Leute, sorry an die Leute, die gerade im Chat schreiben, ich kann es gerade nicht perfekt lesen. Aber ihr könnt euch hier vorstellen, warum. Ah, komm, jetzt erwischt ihr mich. Echt jetzt? Oh, zum Glück noch zu Chilt gewechselt. Alter, war das knapp. Und viel Erfolg noch an jeden Einzelnen, der auch gerade sein Turnier-Spiel spielt. Oh, das tut weh. Das tut weh. Das tut weh, wenn sowas passiert. Game lag meine Augen. Was? Nein, es laggt nicht. Okay, erstes Spiel 1-0. GG, Lofi. Game lag. Na, lag das Spiel gerade bei euch oder so. Chilt ist echt voll die Missgestalt. Oh, ja, Mann. Das stimmt auf jeden Fall. Also, ich spiele wieder das selbe Team, weil ich glaube nicht, dass ich hier wechseln will. Keine gnadigen Komitee. Taka, natürlich nicht. Also, den größten Respekt, den ich euch zeigen kann, ist, dass ich zu 100% spiele. Also, ich hasse es, wenn sich jemand zurückhält oder so. Nein, das heißt einfach nur, ich habe Respekt gegenüber Lofi. Weil ich gebe alles, was ich kann, um zu gewinnen. Und das, glaube ich, ist das Beste. Das ist ehrenlos. Nein, ist es nicht. Warum sollte es ehrenlos sein? Wenn du alles gibst. Nein, nein, das ist nicht ehrenlos. In meinen Augen ist es überhaupt nicht ehrenlos. Komm, du beginnst wirklich wieder mit. Wieso wechseln ich zu Parmen? Hätte ich wirklich zu Flieser wechseln können. Nein, okay. Puh. Ah, verdammt. Oh, verdammt. Das ist Damage. Weg, 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 weg. Schade, dass mein Chill noch nicht kommen kann. Aber ich werde den Rising Rush trotzdem, glaube ich, machen. Was zum Teufel hast du denn da? Habe ich mal recht. Was, was, was meinst du? Lebo, du hast doch eh recht. Was meinst du damit? Hä, wenn er sich zurückhält, ist doch kein Turnier mehr. Das lässt ihm keine Chance, also willst du ihn niedermachen. Nein, ich will ihn nicht niedermachen. Ich war einfach nur gegen ihn gewinnen. Okay, seine Buffs hat er schon mal. Äh, okay. Das wird jetzt nicht so klug eigentlich von mir. Verdammt. Ja, ich werde nicht wechseln. Ich habe keinen Bock, dass ich meinen Freezer Rising Rush abgekriege. Okay, jetzt werde ich wechseln. Wow, was für ein guter Wechsel, sage ich nur. Wow. Uff. Okay. Wechsel. Ultimate, Strike. Er müsste down sein. Kann sein, dass mein Freezer jetzt down geht. Ich kann nichts machen. Äh, Luffy. Ähm, okay, GG. Schon, okay, abverstanden. Lebo, was meinst du? Du hast es mal so betont, ob ich nie recht habe. Nein, habe ich nicht. Rage Quit? Keine Ahnung, Sebo. Keine Ahnung. Hey, Smash, was geht? Leck mich. Ich spiele nie wieder gegen. Ja, was? Wieso? Luffy, was habe ich denn gemacht? Trotzdem GG, Luffy. Triggers mich nur. Was habe ich denn gemacht? Der Crit Sound und Wegweil. Ich glaube, ich probiere dieses Team. Dieses Team habe ich heute erstellt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich spielen sollte. Soll ich dieses Season nur 10k pushen? Was? Achso, achso. Ich dachte, 10k Punkte Asher Nation. Oh mein Gott, ich denke mir, was ist jetzt los? Überlege auch. Ich muss zugeben, ich überlege gerade auch, ob die 10k dieses Season reichen. Okay. Boah, nice. Ich hätte fast Lila Lila Rot gewählt. So knapp war ich davor. Okay. Slayer, viel Erfolg dir. Was für ein schlechter Dodge war das? Man. Außerdem jetzt countet er mich und nicht ich. Das nervt mich auch ein bisschen gerade. Ah, die Klasse, die Decks finde ich weh. Ja, Kavacin, sein Blasting ist jetzt weg. Perfekt. Weil das tut ja annogierend, die Fähigkeiten. Das war jetzt vielleicht nicht so gut von mir. Aber nicht aufgehen, nicht aufgehen. Das geht noch. Jetzt, wenn man all seine Karten zerstört, kann er keine Kombo raushalten. Nice. Jawohl, jetzt ist es gut, jetzt ist es gut. Jetzt sind wir wieder unentschieden, sozusagen. Jetzt wechsle ich mal. Ich brauche den Cover Change, deshalb. Ich brauche den Cover Change, ich brauche den Cover Change, ich brauche den Cover Change. dass ich da nicht so... Oh, der nervt so. Alter, der nervt so. Lola ist doch reingefallen. Hahaha Yep Ich glaub die Heilung war jetzt auch schon okay Oh mein Gott war das Gun von mir Aaaaaah Mann Was Ich hab ihn mein ganzes Leben Wie Was war das denn Ooooooohh Mann Oh RIP das für Damage Ja Okay ist der Character schon mal down aber sein Trunks ist der nervigste von allen Ich brauch unbedingt ne Rising Rush gegen den Ah RIP Damage wieder Er hat schon seinen Dodge wieder ich weiß Oh was ich bin im Docken Jetzt muss ich, jetzt muss ich wechseln Ich kann, ich kann nicht den Virus sterben lassen Ja ich wusste es, ich wusste es Da war seine einzige Möglichkeit hier raus zu kommen seinen Rising Rush zu machen, ich wusste es Aaaaaah Vielleicht Cover, vielleicht Schicht Na schade Aber egal, bald hab ich auch meinen Rising Rush Ich hoffe es Ich hab seit 7 Karten keinen einzigen Drainball der mir fehlt Hier immer noch nicht, kein Drainball Nichts zu sehen Hier immer noch nicht, kein Drainball Nichts zu sehen Cool oder, dass ich immer noch kein Drainball habe Ah da ist er jetzt endlich Ah das tut weh Leute, jetzt kommt's aufs Glück an Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, alles oder nichts, es geht hier um alles oder nichts Jaaaa Yes 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 Man, yes Huuu Das war ein nices Game, alter was Ah Geht doch man, geht doch 1-0 Ja Ah Ah Ich glaube ich werde für's erstes selbe Team spielen Er spielt auch dasselbe Team, okay Oh Leute, wisst ihr was ich machen, ich könnte die Ritchi IT Goku jetzt wählen Ich könnte Samasu IT Goku komplett zu countern Ich vollidiot, hab IT Goku aber keine Buffs gegeben Äh, keine Equipments Wäre das besser vielleicht IT Goku zu benutzen, er hätte zwar keine Buffs Aber ich hätte Typen Vorteil Ich mach's, ich mach's, kein Witz, ich mach's Vollidiot, man Warum gebe ich denn keine Equipments, Goku hat die geilsten Equipments Hey ko, wanna battle? Ah, basic I can't right now, sorry Dieser Jumpy Was auch nur RIP ist, ich hab gerade mal All meine Karten geben die nichts Ja, stimmt, er macht das hier Bei wenigstens eine Mane durch Nice Komm schon, Beerus, jetzt aber Nicht wechseln zu Gohan Doch, Rekzik, Zadam Okay Okay Man, hätte Goku Equipments, würde er so viel mehr Damage machen Okay Ah, RIP Uh, nice Nice, er geht durch Nice, man Okay Okay, das könnte jetzt weh Okay, er macht wenigstens viel Aber er kann sich heilen Jawoll Geht doch Er ist noch nicht Equipments drin Nein, ich glaube IT Goku ist hier die richtige Entscheidung gewesen Kein Witz IT Goku war hier eindeutig die richtige Entscheidung, würde ich mal sagen Ja IT Goku nicht drauf gehen IT Goku, du darfst nicht aufgehen Oh, er geht nicht drauf Jaaaa, Special Wub Ich liebe es, Special Wub Jaaaa, Entschuldigung Ich liebe es Was ist das? Fade, ich glaube es geht Ah, verdammt. Faint wäre verheftig gewesen, Sebo. Auf jeden Fall. Ja, okay. Hier, den Virus kannst du haben. Was soll ich denn machen? Blau. Blau! Er hat Mähnebild gemacht. Blau! Es ist Blau, er hat Mähnebild gemacht. Nein, doch. Ich hatte nur Verwandlung, ich vollidiot. Ich wollte Brille kicken. Verdammt, weil der Verwandlung kriegst du ja keine Blau. Erst Verwandlung, dann Mähnebild. Oh, bin ich ein Idiot. RIP, Dreams. Meine Träume. Jetzt hat er die Blaue. RIP, einfach nur RIP, Leute. Ich war gerade so happy. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie happy ich gerade war. Warum hast du nicht sagen, was du gehabt hast? Naja, ich hatte keine Chance. Er hat einen Keyblast-Cancel gemacht. Er hat nicht Keyblast-Cancel. Naja, doch. Ich hätte es schaffen können. Doch, ich hätte es schaffen können. Aber es war ein bisschen und... Ich hätte mir nicht gedacht, ob er das Ding machen wird. Ich hätte mir nicht gedacht, dass er da seinen Rising Rush machen wird, muss ich zugeben. Aber Leute, ich darf es nicht so leicht nehmen. Ich darf es nicht... Ich darf es nicht... GG. GG. Warum habe ich nicht IT-Goku? Woher IT? Achso. Ja, wegen... Weil der Teleportieren heißt auf Englisch Instant Transmission. GG. Fängt gut an. Samasso habe ich zwar verloren, aber nicht viel mehr. Samasso habe ich verloren. Ich sehe es eigentlich. Ich weiß. War trotzdem ein gutes Spiel. Okay, Cezar. Ich bin ready. Ich trete bei. Movie Team. Yikes. Das könnte wehtun. Okay, gegen Cezar. Alter, ein Wind wäre so saftig hier. Aber schauen wir mal. No! Du bist so ein... Schlechter kann man nicht starten. Oh mein. Ich bin so... Nein. Hallo, hallo, hallo. Ich habe gewechselt. Was ein schlechter Start, Leute. Was ein schlechter Start. Was ein schlechter Start, einfach. Oh mein. Ja, okay. Mach's. Okay, jetzt, jetzt. Keine Chance für Kohl, die Runde zu gewinnen. Hey, was soll das, Taka? Oh, ich muss so kurz davor, Grün zu picken. So kurz davor. Oh, das ist so... Oh mein Gott, ich war so kurz davor, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was Leute an mich glauben, schreibt hier jeder RIP. Damage, sage ich nur. Komm rein, Broly. Ich habe noch genug Damage. Ähm, das war jetzt nicht so geplant, aber vielleicht habe ich ja einen Dragon Ball dazu bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ah, verdammt, so knapp, Mann. Hey, Leute, wie schaut's aus, ha? Ja, deutsch, ich weiß. Aber warte, warte. Ich... Wie geht's aus, ha? Ja, wie geht's aus, wie geht's aus? Cell hätte Fräulein, ich weiß, ja, ich weiß, Mann. Ja, ich wusste es, er tut Double Jumpen. Ich wusste es. Nice. Ja. Yes. Ich wusste es, er wird 2x jumpen, zum Glück. Nice, Mann. Alter. Leute, ihr könnt sagen, ihr wollt sogar ein Cesar, ich ist ein bisschen nervös hier. Alter, Leute, Slug macht ja WTF viel Damage, Slug macht. Oh, ah, Slug über 3. WTF? Ja, getiltet, Leute, ich sag's nochmal, getiltet. Schau. Aber jetzt, jetzt hab ich, hä, wieso zu ihm? Achso, du willst dich verwandeln, aber okay. Okay, warte, 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 warte. Na, verdammt. Oh, nice, Torch, muss ich zugeben, ist weit. Nice, 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 Power Change ist drin. Na, komm, dein Ernst, ich brauche mich... Okay, warte, warte. Blau. Verdammt. Ihr könnt nicht erzählen, es ist wieder grün. Erzähl dir mir jetzt echt, es ist wieder grün, oder was? Ich wollte Geld picken, man. Achso, okay, ja, dieses Mal, das ist jetzt niemand. Morgen ist April, achso, deshalb. Boah, stimmt eigentlich, kommt er dann woanders? Das Erste, das ist jetzt extrem, wie, dass ich jetzt den so schnell verloren hab, ohne seine Heilung zu aktivieren. Ich weiß nicht. Ja! Da, wichtig, wichtig, Leute, das war wichtig, dass dieser Broly drauf geht. Okay, komplett Unichin steht's wieder. Dein Ernst? Was kann er mit dem Mania-Beatling nochmal? Einfach mehr Damage, oder? Das war dumm. Das war so schlecht, Mann. Schon okay, schon okay. Yikes. Okay. Seien wir ehrlich, Leute, schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus. Ich kann, mir wird nicht so einfach, wie ich den wegkriege. Ich hatte nicht mal Karten auf der Hand, ich hatte nicht mal Karten auf der Hand, ich hatte nicht mal Karten auf der Hand. Fuck! Fuck, Mann, das war jetzt nicht cool. Geschmissen. Was heißt der Geschmissen? In welchen? Ach, egal. Sein Rise Rush gegen mein Piccolo war so nicht schlimm. Zu selbstsicher. Nein, nein, nein. Ich hab am Anfang echt versucht, gut zu spielen, wirklich. Gegen Sensor bin ich nie selbstsicher, keine Chance. Es kommt der Hochmut, dann kommt der Fall. Hahaha, ich sag, was heißt hier Hochmut? Ich konzentriere mich bis zur letzten Sekunde hier. Ja, okay, das war ein dummer Wechsel von mir. Scheiße, das tut weh. Das war ein dummer Wechsel, hätt ich nicht erzwingen müssen, irgendwie. Ich glaub, sein Brawly ist noch nicht da, sein Brawly ist noch nicht da. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wichtig, wichtig ist das gerade. Bitte, nicht überleben. Fuck. Verdammt, das war auch ein schlechter Wechsel. Was mach ich eigentlich? Ich hab einen kleinen Nachteil, aber Sal ist nicht so schlimm, wenn er weg ist mit sich zu gehen. Ah, Mann, wer ist ein Brawly draufgegangen? Wieso gehst du nicht drauf? Oh, shit. Yo, das war's, Leute. Das war's, Leute. Jokes. Schon auch, okay. Yikes, GG. Na verdammt, ich wollte versuchen, so gut wie möglich zu overextenden, aber es ging einfach nicht mehr. Ja, das war's. GG, sehr sehr GG. Oh, Mann, ey. Oh, es tut so weh. Das habe ich mir gerade gedacht, dass Blaze jetzt mit seiner Regeneration auf mich zukommt. Ja, Mann, let's go. Ah, was ein schlechter Dog. Ripped, das war auch dumm von mir. Aber zum Glück habe ich sehr hohe Defense-Werte. Mann, wieso Dodge? Ich bin vollidiot rum, Mann. Warum tue ich das? Ich triggere mich gerade selber. Oh, Mann, ich bin so 0,0. Ich bin 0,0 konzentriert, by the way. Ich bin 0,0 konzentriert gerade, kein Witz. Ein Comeback sieht schlecht aus, aber ich werde nicht aufgehen, also schauen wir mal. Ich bin 0,0 konzentriert, by the way. 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 Ich bin 0,0 konzentriert. Ich bin 0,0 konzentriert. Oh du hast noch Samasu, okay. Ich dachte du machst eher ein Kavacinus zu Slug, ne eher nicht so. Zweiter Ryzen Rush kommt. Okay, das ist auf jeden Fall ein Durst. Nein, 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 das spiel ich nicht, das spiel ich nicht. Da muss ich nicht sinnlos Zeit verschwenden. Oh man, toll, dass ich gegen Regeneration spielen muss. Danke, danke. Wieso habe ich nicht mehr Super Saiyan 3 Goku dabei, ehrlich gesagt. Der wird auch richtig schön helfen. Die Teams haben sich jetzt nicht geändert, deshalb mache ich keinen Screenshot. Ah, toll. Keine Ahnung, was da auch mein Plan war. Es geht besser. Oh, okay, also wie toll. Geza! Ich schneide, du王ствуverste. Geza! Geza! Ich bin ich. Segen. Ah, verdammt! Da muss ich zu Brawly wechseln, wenn ich hier feintet dann gg ein, das muss ich wirklich. Ich hoffe, deine Dash-Saison kommt schon dran, weil ich zu doof wäre. Haha, nein, nein, kann doch ein bisschen dauern. Ich mach jetzt schon den Ryzen-Rash, ich weiß, er wird zu Summer-Surf changen, aber trotzdem. Dann ist er wenigstens einmal schon down. Ich weiß nicht, ob es Fake ist, aber die Liker haben herausgefunden, wie die nächsten Wände heiß werden. Nach dem GT, wenn er so eins kommt, das heißt Eternal Duo. Was kann man sich darunter vorstellen? Rose und Ding würde ich fast schon fast behaupten. Wegen Eternal, weil sie ja Ding sind. Unsterblich, weißt du? Wow! John. Hatsch. 4 mal Dinge zu mir nicht bekommen Ja toll, wow, was sich da wieder mal Puh, hoffen wir mal Sommers bekommt Jawohl, ich hab kein Bock, die jetzt sehr Er sieht Vegetta und Vegetta, bei diesem Passage Oh, das wird zu heftig Nice Ich will noch nicht wegwechseln, muss ich zugehen Weil wenn ich jetzt wechsle, wird es ein Slug werden Jetzt wird es gefährlich Leute, jetzt wird es gefährlich Okay, nice, nice, nice Aber Slug ist ja jetzt auch noch extrem stark Das ist jetzt leider, ja Ja wohl, ey Ja, jetzt kann ich nichts machen, man. Ich denke mal, jetzt kommt sein zweiter Rising Rush. Okay, was war das? 1-1, GG. 2-1, GG. Alter, zu anstrengend, man, zu anstrengend. Viel zu anstrengend. Lol, Chat ist weg, kannst du doch mal reinschreiben? Hä? Wie? Ach so. Okay, schauen wir mal, wie es laufen wird. Ah, komm, Riff. Ja, jetzt bitte noch eine, bitte! Jawohl! Oha, was ist denn da los? Ich hoffe auf einen Keyblast. Jawohl! Ich muss alles richtig spielen für den Anfang. Ich will ihn triggern, Mann. Ich will ihn triggern. Ich will ihn triggern. Komm schon. Komm schon. Komm schon! Ich war so kurz davor, blau zu picken. Ich war so kurz davor. Der Damage, Mann. Ja, dank diesen ganzen grünen Karten, ey. Jetzt hat er einen kleinen Vorteil. Ich muss es schaffen, einen Racer-Rash-King sein Cell zu schaffen. Sonst werde ich es nie im Leben schaffen. Ach, toll. Der kann sich ja noch heilen. Vollkommen vergesst. Ganz ehrlich, ich glaube, er hat Counterpicked. Oh, ich war so kurz davor gelb zu picken. Oh, oh. Oh, mein Gott, der Stream wieder. Hey, willkommen zurück. Ey, don't stopp. Cool, war ein Giveaway. Ah, wurde ihm nach dem Turnier. Also, muss ich zugeben, ich weiß, ob es... Na, egal. Oh, Mann. Ripped Turles. Ja, es wird jetzt jetzt schwer. Jetzt wird es schwer. Wie lange geht das für mich noch? Ah, es kann schon noch ein bisschen dauern. Ah, Mann. Ich werde es nie im Leben schaffen, einen Racer-Rash-Hip zu bekommen. Nie im Leben. Na, ich will noch einen Typen nach. Alter, das war's. Ähm, das hätte ich vielleicht besser machen können. Ne, Mann, das war's. Das war's. Oh, Mann, ich hasse. Star-Fast. Deja-Ru. Spiel doch nicht mehr Racer. Das ist Kenzo und halt wenig mit Skid-Strain. Ha? GG-Brace. GG. Gutes Spiel, wirklich. War ein gutes Spiel. Alter, meine Arme. What the fuck? Jetzt geht's wieder. Ja, es geht. Jawohl. Es geht. Endlich. Chiro, nice. Wir können spielen. Das habe ich jetzt nicht erwartet, um sich zu gehen. Okay, ich hoffe, es wird zu keinen Time-Outs kommen, weil... Oh, die Damage schauen wir mal. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich glaube, ich mache den ersten Rising Rush. Hau mir mal, dass es die Ruf. Das Gute, ich habe schon von Gohan drei grüne Karten. Drei grüne Karten habe ich schon mit Gohan benutzt. Das ist schon der Hammer. Weil die Buffs behält er ja die ganze Zeit. Hallo, hallo. Ich drücke, ich swipe er nur zum Spaß. Wirklich? Wow. Reaction Time. Okay. Hey, danke für Follower. Ich muss zugehen, mein... Egal, das war eine dumme Idee eigentlich, jetzt zu Gohan zu wechseln und sich zu gehen. Das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Das war eine dumme Idee. Ich hätte bei Vegeta einfach bleiben sollen. Ich hätte einfach bei Vegeta bleiben sollen. Keine Ahnung, ob ich jetzt zu Gohan gewechselt habe. Da geht jetzt einiges an Damage verloren bei mir. Das war eine dumme Idee. Ich weiß nicht, dass das passiert, aber egal. Oh mein Gott, Rift. Okay, jetzt wird der Rising Rush hier entscheiden. Wenn ich den treffe, habe ich echt eine extrem gute Chance noch. Wenn nicht, dann RIP. Oh, ich dachte, der Cover-Change ist vorbei. Ja, das war kein gutes Ding. Das war keine gute Idee. Das war echt keine gute Idee. Ich dachte, er kann gar nicht mehr zu Kaba wechseln, muss ich zugehen. Ja, ich 6x6. Hey, ich habe es doch auch gedrückt. Ganz ehrlich. Okay. Ah, verdammt, du kannst ja noch heilen. Dein Ernst. Wow. Okay. Hat er genug Damage. Okay, nice. Das müsste gute Damage jetzt eigentlich sein. Nicht so gut, aber es wird schon. Es wird schon. Ähm, ja, es ist, äh, warte. Komm schon. Na, verdammt, normalerweise picke ich doch immer Gelb. Immer. Hättest du Ulti eher machen müssen, damit ich den nicht heilen kann. Das stimmt. Okay, Leute. Alles oder nichts. Das ist alles oder nichts. Ha, 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 ha. GG. Oh, Mann. Mann, RNG hat mich gerade gerettet, Leute. RNG hat mich gerade gerettet. Ich sehe es ein, das war RNG. Könnt sagen, was ihr wollt. Das war von Skill ein bisschen weit mehr entfernt als zu RNG. Also, ganz ehrlich. Alter. Puh, GG, Chiro. Aber mit Ultimate Gohan spiele ich so dumm, ehrlich gesagt. Das ist das größte Problem. Ich darf nicht so dumm mit Ultimate Gohan spiele. Deshalb will ich lieber Future Gohan spiele. Da habe ich nicht so viel zum Nach... Warte. Aber Future One hat nicht seinen Buff. Mit 40% Strike Attack wäre er so genial. Aber ich will nicht meinen Counter her schenken. Soll ich es trotzdem mal probieren? Ich mache es. Ich mache es. Wisst ihr warum? 9 Strike Attack. Das ist voll die dummen Fehler gemacht gerade. Nein, nein, es wird schon passen. Es wird ihn... Ah, verdammt. RIP. Ja, zu viel Damage. Okay, es geht wieder. Ach so, der hat ja Cover Changer per na. Voll vergessen. Oh, das hat echt funktioniert. Erster Rising Rush. Go, 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 go. Oh, das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer, wenn der Gooke jetzt weg wäre. Er kann sich heilen, er kann Cover Changer. Das wäre so der Hammer, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Yes. Loll ich hab... Oh, okay. Not too long ago. Student-Hoop, just watching and learning. Oh, okay. What's the reason that you played, uh, that you started playing Calamity, uh, what the fuck? Dragon Ball Legends, I mean. Okay, Leute, jetzt haben wir unsere krassen Buffs. Jetzt werden wir so richtig schön Damage raushauen. Oh, ha, guter Switch, Alter. What the fuck war das gerade? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Yikes, was mache ich hier? Schau dich jetzt den Damage an, schau dich jetzt den Damage an. Oh, so schöner Damage. Ich habe irgendwie mehr erwartet, um sich hier alles zu geben. Oh, man, der kann hier auch an. Ey, lol, was? Ich hab... Schon okay, schon okay. Ich sehe es ein. Okay, ich hätte Super Saiyan 2 Gohanan letzt spielen sollen. Eindeutig sogar. Eindeutig. Jajks, jajks, jetzt kommt die Fehler. Ein Fehler nach andern. Echt jetzt? Ah, der Damage tut weh. Der Damage tut weh. Eindeutig. Ah, der раз. Dastattet. 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 Ich hab mich ganz egal GG Ja Neun Karten Zwei Drainballs fehlten mir Neun Karten Sein Waffe war schon genial Ultimate Gohan hab ich so schnell verloren Ohne dass er richtige Wirkung im Spiel hatte Ja ich bei als ich spiel so Trunks spielt man ja auch In einem Holy Trinity Mace Ein guter Super Sergin Welchen Trunks meinst du jetzt genau Den Legends Road Trunks Oder den grünen Trunks Oder den Kid Trunks Heute meine erste Und wie viel hast du schon insgesamt benutzt? Na verdammt es war nicht so gut Haha Gut dann hab ich so ein Black Rabbit so gelernt Sehr witzig Sehr witzig Hahaha Okay einmal will ich ihn schonmal weg haben Außer ich verkack natürlich mein Raisin Rush Dann schauen wir mal Tut weh, tut weh Aber ist nicht das Ende Hey, danke für ein Follow Achso, Sebo hast du, was? Warte, was? Was passiert da gerade Ja, ich weiß, dass es nicht funktioniert Raisin Rush Ja, kannst du dich auf den machen Wird nicht so schön sein, denke ich Oh nee Schonig Eern verloren Hahaha Ah, verdammt. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Oh, jetzt hat das aber funktioniert. Okay, ich nehme es zurück. Äh, lol? Ja, genau. Alter, was passiert hier? Man hat es jetzt macht irgendwie komische Geräusche. Ich check gerade gar nicht, worum es geht. Eigentlich hätte ich Rising Rush machen sollen, ehrlich gesagt. Wieso Future Goal ohne Future Mates? Nein, ich brauch's denn, die, die brauch's, sag ich schon. Das war ein Missclick, aber egal. Echt, kein Dodge, danke. Oh, man. Das war so ein Missclick, man. Wirklich, ich wollte nicht auf das drücken. Das ist so wick. Oh, man. Ich wollte doch nicht auf Weising Rush drücken, wenn er, egal. Ja, toll, die Heilung hat er auch noch. Das tut so weh, man. Das tut so weh, man. Pro, oh ja, und wie, man. Und was für einer. Eieiei, jetzt sieht's aus, oder? Oh, man, GG-Chill. GG an dich. War echt ein Fro. Okay. Wir haben Saijin-Team eigentlich fast Triple Goku-Team gegen Hybrid. Nein, nicht Hybrid. Kannst der Chat nicht im Vordergrund machen? Leider nicht, der ist schon im Vordergrund. Schau. Aber irgendwie beim Vollbild-Modus geht er weg. Keine Ahnung, wieso. Okay, schauen wir mal. Ich mein, Twilight-Counter zum Guten ist so krass einfach nur. So krass. Weil Son Family plus Typen Vorteil. Das ist krass. Oh, das meine ich. Okay, ich hab mehr damit erwartet. Ich hab mehr damit erwartet. Chiro, warum machst du nicht sowas gegen mich? Was ist jetzt los? Oh, wenn der Ryzer durchgeht, sag ich schon, ist es GG, der erste Game. Wenn dieser Ryzer durchgeht, Leute, wir wissen, da ist es GG. Bartelt in einem Holytreeks verlieren ist, ja. Als wirst du Fußball mit einem Bein spielen. Keine Chance, man. Ja, der geht sogar durch. Aha! Cesar exposed dich wieder, aber weil ich nett bin, zeig es dir jetzt mal nicht. Ja, die ist 1-0, also. Bester Vergleich. Ja, es ist echt so, man. Der ist gut. Ja, das ist alles, Alter. Oh, 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 oh. Ryzenrush ist schon geil. Der ist weg. Vor allem ist Ryzenrush geil. Full health unit. Haha, du bist in der Combo, Ryzenrush weg. Tschüss. Zeig doch mal, eh nur Discord-Nachrichten. Ey, was gibt es hier zu interpretieren? Bitte. Cesar ist im BlackRabbit-Discord. Okay. Das ist die Finale. Ihr beide jumpt hin und her. Seit wann spielen wir so? Chiro, Cesar, warum spielt ihr nicht gegen mich so? Warum jumpst du nicht bei mir links, rechts, links, rechts dauern? Was soll das? Schon okay, schon okay. Aber gegen mich muss Godmode bei beiden ran. Nein, 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 aber gegeneinander. Ich jump links, ich jump rechts. Hey, yo, jump mir rum. Schon okay, schon okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Schon okay. Oh, warum kommt da der Ryzen? Ah. Autsch, das tut weh. Ja, das tut weh. Aber leck das gleich wirklich, wenn Discord offen ist bei dir. Okay, diesmal wurde das Team getauscht. Uh, guter Pick, super. Wer geht denn hier rein? Gegen zwei Lina, das ist schon wichtig. Schau mal, wie du den jetzt wegbekommst. Cesar, warum? Ja, egal, ich fach später einfach. Oh, nice Torch. Ah, bitte. Ah, jetzt kommt der Rising Rush. Eieieieix. Ich schätze mal, der Rising Rush geht durch. Okay, Cesar, mehr Disrespect geht nicht. Ach, halt einfach den Respekt, dem Gegner zu zeigen und einfach nur das Spiel. Cesar kommt über... Rise war schon krass. Hahaha. So, wenn ich bald ein Rising Rush von C.U. kommt, sage ich, ist das auch ein FF. Das ist schon hart, wenn man sieht, ob wir hier vorne verlieren, weil hier hätte er echt ziemlich viel Damage raushauen können. Und ein Trunks ohne Goten macht auch nicht wirklich den Damage, den man erwartet. Jajks, Leute, Cesar hat eh schon fast seinen nächsten Rising Rush. Zwar, oh mein Gott, zwei Dragon Balls. Okay, Cesar, wenn du jetzt hier feintest, wenn du jetzt dein Goku hier feintest, dann bist du bei mir auch unten durch. Wenn dein Goku jetzt auch noch so frech ist und feintet, bist du auch bei mir unten durch. Jajks. Jajjajjajj, Cesar, Cesar, Cesar. vielleicht hat man die finale gelacht aber bis zum finale zu kommen muss man auch schaffen dann leute dann wünsche ich euch allen noch eine gute nacht und ja wie immer wie jeden sonntag danke an alle zuschauer mitgemacht haben danke an alle teilnehmer die mitgemacht also teilnehmer die mitgemacht haben zuschauer die mitgeschaut haben okay von meiner seite aus war es das jetzt und ich hoffe wir sehen uns im nächsten stream wieder und noch mal gg an unseren community turnier champion cc